Was zeichnet uns aus? Ich glaube, dass wir konsequent unseren Weg weitergehen, dass wir klare Leitplanken gesetzt haben. Dass Ralf Rangnick natürlich eine tolle Mannschaft, nicht jetzt für diese Saison, sondern schon über die letzten zwei, drei, vier Jahre zusammengestellt hat. Und momentan passt natürlich alles ineinander. Da gehört natürlich auch das Quäntchen Glück dazu, was wir auch in dem einen oder anderen Spiel hatten. Und ja, dementsprechend ist das momentan für uns natürlich, das ist eine Momentanbetrachtung, aber eine ganz, ganz tolle Geschichte, mit der wir so nicht gerechnet haben. Nein, ich habe ja bewusst langfristig, und da ist auch wichtig, dass das natürlich nicht verdreht wird. Ich habe ja gesagt, was passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und da ist es sicherlich irgendwann auch mal das ambitionierte Ziel, dass wir auch um die Deutsche Meisterschaft mitspielen oder diese auch gewinnen. Und diese Saison wollen wir weiterhin eine sorgenfreie Saison spielen und da sind wir auf dem besten Wege dazu.